Mein Name ist Pablo. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Uruguay. Ich bin 32 Jahre alt und lerne seit zwei Jahren im Lernstudio Deutsch. Seit ich laufen kann spiele ich Fussball. Fussball ist mehr als nur ein Hobby für mich. Meine Mutter hat einmal gesagt, dass ich mit einem Ball am Fuss geboren bin. Fussball ist mein Leben. Mein Vater hat mich und meine Brüder immer ins Stadion mitgenommen. In Deutschland spiele ich jetzt selbst Fussball und schaue regelmässig die deutsche Bundesliga. Ich bin ein grosser Fan auch von der Nationalmannschaft meiner Heimat. Wir spielen heuer wieder bei der Weltmeisterschaft. Welchem Team drückst du die Daumen? Kommentiere auf german-deutsch.com